Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecrafts World of the Galaxy Resurrection. Ich muss erstmal eine Truhe bauen, weil, ihr seht's von dem Inventar, wir machen heute was ganz anderes. Wir machen eine Runde Lootpack Opening, Chance Cube Opening und Chance Icosahedron Opening. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht, ich will es auch irgendwie nicht kennenlernen, ich hab irgendwie eine Ahnung. Ich will nicht wissen, was es ist. So, ich stell mir jetzt eine Tour hin, dann wird es Zeit, Chance Cube. Ja genau! Alter. Na gut, wir haben jetzt hier ein neues Nether Portal. Äh, irgendwas sagt mir, ich sollte einmal kurz das Nether Portal da kaputt machen. Da brauchen wir ja zum Glück nur einen Wassereimer. Da nehm ich jetzt nicht nur den Endlichen für, das hättet ihr wohl gerne. Äh, hier waren, genau, hier waren jeden Menge Eimer drin. So, ich war gerade überlegen, aber wir haben alles wieder bei uns. Gott, einmal das Nether Portal kaputt machen. Das hatte ich aber auch noch nicht. Das war jetzt echt genial. Ähm. So. Der Nether Portal kaputt. Gibt mir mal die Chance Cubes. Nice. 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 Ein Goldenberger Folding ist was denn? Nein. Aber trotzdem ziemlich geil. Schauen wir mal, was wir noch so bekommen. Schauen wir mal, was wir noch so bekommen. Danke schön für die Jukebox. Sehr schön, dann können wir mal die ganzen CDs abspielen, wenn ich lange weiter habe. Okay. Musik dran. Nächster Chance Cube. The broken path to succeed. Lol. Ähm. Ne. Hab schon gedacht, da wär jetzt irgendwie so... Keine Ahnung. Ja, danke schön. Hallo Pickles. Komm Pickles, ich geh dir Weizen holen. Du kommst zu mir. Du bist mein neues Haustier. Ne, cool. Er bleibt im Wufu. Ich liebe sie. Äh. Können wir uns das Farbe nennen? Warte mal, warte mal, warte mal, hab ich verhofft. Na, kannst du machen. Wir haben ja noch einiges bekommen von den ganzen Grootbacks. Äh. Nehmen wir einen Jailers, damit du nie wieder respawns, äh despawns Pickles. Du bleibst bei mir. Pickles. Sehr schön. Mal schauen, was wir jetzt bekommen. Oh. Wolle auf Ewigkeiten. Gucken wir mal alles aus. Wer weiß, ob wir die Wolle gebrauchen können. Spattles, wenn man hier mal Besuch kriegt. Für so einen Street oder für einen Klatto vielleicht mal. So eine pinke Wolle. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Weck mich am Arsch. Weck mich am Arsch. Weck mich am Arsch. Okay. Na. Ähm. Wollt ihr seht? Ich leg das mal hier aber ganz kurz weg. Ich hab's gewusst. Ich wusste ich geh drauf. Ja. Dann nehm ich mir lieber noch mal ein Stack Coins mit. Dann kann ich darauf zu wissen, dass ich schon mal etwas improviso richtig zubauen. Bei mir ist es halt, als ob die Diana ausgegangen für den Bunker. Aber gut. Muss eigentlich noch einmal warten, bis das wieder zugebaut ist. Oh cool. Wir haben noch einen Kopf von mir. So inständig hoffe ich ja auch, ähm. Irgendwie auf dem Netherstar. Hat so einen bestimmten Grund. Zack. 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 So. Nehmen wir nochmal 7 raus. Passiert nix. Okay. Was? Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Ihr wollt mich komplett verarschen. Ja geil, jetzt hab ich hier so einen Bedrock Bunker. Oh, hier bin ich eben gestorben. Hat ich auch noch nicht. Alles klar. Ich seh jetzt schon wieder die Kommentare vor mir. Oh, ich weiß wen ich davon gleich erzählen werde. Was? Okay. Finde ich wenigstens cool, dass das dann noch verschwindet. Das verschwindet da, oder? Ja, ist verschwunden. Jetzt weiß ich nicht was ich bekommen hätte, wäre ich nicht gestorben. Naja, zumindest haben wir wieder einen Kopf von mir. Gut. Nächster Chance, Q. Hi, Jerry. Na, Jerry? Muss ich mal gerade machen. Ja, jetzt leiden wir uns 2 Dotebacks. So. Was ist? Wie ist das? Das ist ein Pink Generator. Oh cool, Bücherregale. Die nehm ich gerne. Ganz ehrlich, ich würde ganz ehrlich mal sagen, dass wir mal schauen, dass wir irgendwie was über den Pink Generator hinkriegen. Ganze Eisenausrüstung, danke. Chance Cubes. B F F WTF? WTF? Alter, leg mich am Sack. Hier müssen auf jeden Fall die mit den Laserschwertern loswerden. Alter, leg mich am Sack. Da habe ich mich aber gar nicht geschrocken. Okay, okay, Binnen kommen, für das Erste. Ich weiß noch nicht, wie das gerade ist, zu essen. Ich gehe, glaube ich, jeden Moment eh wieder drauf. Was habe ich gesagt? Ja, ich weiß schon, warum ich das nicht mit Hardcore-Mode spiele, mit Herzen. Ich weiß es schon. Alter. Ah, neuer Kopf, ne? Junge, Junge, Junge. Okay. Oh, wieder eine Jukebox. Sehr schön. Oh, die kaputte Schallplatte. Okay. Die letzten vier. Korbel, bitteschön. Ich frage mich, ob man die abbauen kann, wenn man schnell genug ist. Weil so vier, fünf Diablücke wäre nicht schlecht, ne? So. Ernsthaft? Du bist nicht der wahre, Pickles. Sterbe durch diesen Chance-Tube. Oh. Cool, das hat ein DLC. Okay, nun zu den Teilen. Teilen. Bei denen habe ich so ein bisschen Respekt. Weil die so komisch leuchten. Oh. Ne Bidrockium drum. Alles klar. Gut. Alles klar, John Cena. Kann man mal machen. Was kriegen wir jetzt? Komm schon. Gib mich, Nessas da. Gib mich. Ich bin ganz und gar nicht gierig. Alter. Ja gut, ne? Auf zu den Loot. Erstmal hier die Lootbox öffnen. Ich will nur mal ein paar Teile haben. Braucht man nicht. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Cool. Iridium Shards? Nice. Äh, das tun wir hier rein. Weißt du was? Äh, Epic. Wow. Alter, zwei Bräutelgans. Ich geh mir nochmal schnell ein paar Thronen craften. Das könnte jetzt noch etwas dauern. Ja, heute machen wir einfach mal so eine Loot-Folge. So, acht Stück sollten reichen. Ich will noch so ein paar haben von diesen, ähm, von den Chance Cubes. Ich weiß nicht, wie kann man sich craften, aber die sind für uns noch zu teuer. Na. Machen wir hier erstmal die Truhe voll. Okay. Iridium. Iridium werden wir später auf jeden Fall gebrauchen können. Alter, noch eine Portal Gun. Ich glaube es. Iridium Shard. Nehmen wir alles mal hier rein. Einfach nur einspammen. Machen wir mal hier so ein paar Wehr-Loot-Bags. Golden Apple. Pff. Kann eigentlich ein Loot-Bags auch ein Nerf-Farbon sein? Wenn, dann schon mal ganz, ganz selten. Nervt jetzt aber, ich habe keinen Bock. Kohle. Ah, jetzt kommt schon. Einfach Voll-Spam. Ja, wollen nur gerade Chance Cubes. Mehr wollen wir nicht. Also, die haben sich jetzt gerade angetan. Früher war das übel auf die Eier, weil die früher schlimmer waren. Ich hatte nämlich früher mal Project Oh cool, Weapon-Cases. Project Osom gespielt. Und da waren die Gauern voll. Die haben hier drei, viermal die ganze Base zerlegt. Weil die einfach so gigantisch waren. Ja. Äh, weg. Oh, okay. Der ist natürlich schon. Ah, die Weapon-Cases. Machen wir ein anderes Mal auf. 2nd Edition. Was bedeutet das? Oh, meins wurde. Tun wir erstmal alles hier rein. Also, ich werde heute alles mal an Ludwigs und so weiter öffnen. Mal schauen, wie vielen Portugans hier rauskommen. Oh, Magical Charms. Alter, nice. Das ist gut. Gibt's eine richtig gute Loot-Folge heute. Alter, ey, was wir hier raushauen. Können wir hier noch was reinstecken? Ich weiß schon, warum ich hier noch ein Patronium gebaut habe. Machen wir nochmal die Ankammen. Die sind ja ein bisschen seltener. Zwar nur ein bisschen, aber naja. Alter. Also, bald können wir echt Case-Opening machen. Die waren hier oben. Ja, das muss ich nochmal alles richtig fix sortieren. Komm, die Red-Loot-Backs öffnen wir jetzt noch. Sehr schön. Also, ihr könnt euch mal davon ausgehen, hier diese Charms-Cube-Teile da. Die werden wir auf jeden Fall auch öffnen. Da scheint es eine ziemlich geile Scheiße rauszukriegen. Terrain Eater. Oh, Bobble-Swing. Nether-Words-Number. Okay. Äh, okay. Noch einmal Inventar ausleeren. Ich muss... Alter, ey. Splat-Eggs? Oh, einen Bogen können wir kriegen. Sehr schön. Ah, ich will eigentlich noch weiter öffnen gerade. Ja, komm. Äh, wir machen noch die... Hier sind noch 12 Ankommen drin. Die öffnen wir jetzt noch. Okay, manchmal verschwinden die nicht. Lexica Botanica. Iridium Shards. Resulting Iron. Na, komm schon. Gib mich's da. Ja, okay. Alles klar. Also, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Also, so viel Schrott ist da jetzt auch nicht drin. Oh, dann öffnen wir nochmal die Chance-Cubed-Version hier. Die Chance-Ico-Sahiri. Oh, oh. Warte. Pickles ist groß geworden. Done. Gogo gib ihm. Was bekommen wir dieses Mal? Alter, noch ein Pink Generator mal 64. Watterfug. Und dieses Mal ist da drin. Also, ich glaube, bei dem krieg ich mir nur Gutes raus. Ich hab so ein Gefühl. Noch ein Golden Becker Folding. Ah, 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 ah. Käse opening. Okay, anscheinend finde ich mir nicht nur Gutes raus. Warte. Ich mach das immer so. Das letzte öffne ich jetzt noch. Jetzt komm schon. Gib. 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 Alter. Alles klar, ne? Joa. Zwei 64er-Generatoren. Moment mal. Moment mal. Der wird doch von pinker Farbe angetrieben, oder? Ihr versteht, was ich meine. Okay, sorry. Okay, crazy, wenn du das wieder siehst. Ich kann einfach nichts dafür. Es wird mir einfach so in den Schoß gelegt. Ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank für Zuschauen. Ihr wisst, was wir demnächst angehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Lieb wohl, du schnöde Welt.